So, hier in der mäusigen Mitte. Geht weiter hierher, groß hinterher. So, hier in der Mitte. 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 Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 in der ersten Reihe jetzt was schön super da bleiben wir auch natürlich viele Touristen in Lübeck überall ist auch ein Anziehungspunkt touristisch alleine schon Sehtwürdigkeiten allerhand leckereien gibt es hier süßes und wenig saures das Leben wird versüßt hier ganz klar auch sozial natürlich prima leben hier alle freuen sich über mich das ist immer schön guck mal ich bin immer gern gesehen in Lübeck und das hier die Bäckergrube Touristen natürlich auch in der Winterzeit heute ist der 28. 20. Februar 2013 der Anziehungspunkt für viele hier ja prima hier guck mal alle zufrieden alle zufrieden die hier die alle allerdings was man auch sagen muss gleich nach Hamburg kommt Lübeck natürlich in der Kriminalitätsstatistik das ist damit gemeint Neumünster ist noch schlimmer warum wohl wer weiß aber heute wollen wir das nicht sehen das gute wir wollen hier mal durchfahren die ganzen Sehenswürdigkeiten da Kirchen und sowas haben sie noch heute auch mal die neue Kamerahalterung ausprobieren fix jetzt diesmal hier was will der Auto Adam abschleppen meine Karre läuft aber muss ich doch vorbei was das wärs ja noch Hallo da haben wir Zeit Zeit ist nicht das Problem wir wollen hoffen dass hier jetzt nichts passiert wir machen das wie in Russland jetzt ganz neu mit konstant installierter Kamera mit gefahren das machen die Fernfahrer in Russland ja so gerne oder müssen das machen deswegen haben wir auch den Meteoriteneinschlag live erlebt und vielleicht schlägt da hier auch einer ein oder wäre das aber erst einmal festgehalten oder sonst was hier passiert kann alles sein jetzt geht's wieder raus jetzt geht's wieder raus so 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 und erst mal tschüss